Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die überwünschte Doktor Handschrift kann kein Schwein lesen. Liesst du mal weiter. die an der Leitung eines großen Privatsanatoriums finanziell steilend ist. Ach, was der Junge alles macht! Zur sofortigen Anzahlung brauche ich lediglich den für dich sehr bescheidenen Betrag von 10.000 Mark. 10.000 Mark, no! Da man sich aber um das Sanatorium geradezu reißt, bitte ich um Draftüberweisung des Drafts. Vielen herzlichen Grüßen, euer Alfred. Und was machen wir denn da, Papa? 10.000 Mark. Ich denke, du schickst ihm das Geld, wenn er damit sein Glück machen kann. Und dann? Hh-h-h! Hh-h! Ja, 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 ja!